Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute stelle ich euch meine absolute Lieblingsbatterie vor. Das ist die Veko Night Hauler. Und zwar ist das eine 39 Schuss XXL Heuler Titanwirbelbatterie. Die hat halt diese krassen Heuler-Effekte und Moskito-Effekte im Wechsel geschossen. Brennt ungefähr 25 Sekunden und hat einen Kaliber von 25 Millimeter. Falls ihr wissen wollt, wo es die zu kaufen gibt, die gibt es eigentlich jedes Jahr beim Lidl für 19,99. Ich wünsche euch viel Spaß und genießt das gute Teil. Absolute Kaufempfehlung von mir. Das ist ein Kusswort! Das ist ein Kusswort! Bis zum nächsten Mal.